Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Die wichtigste Meldung zum Anfang. Das Bargeld ist gerettet, die Bargeldabschäpfung vom Tisch. Wir haben es ja gestern schon angesprochen, aber heute kommt ein neuer Beweis. Man hat bereits 1,5 Millionen Euro Bargeld unter den Betten der EU-Abgeordneten gefunden. Also niemand da oben kann aufs Bargeld verzichten. Und apropos Verzicht, trotz aller Unkenrufe, die meisten oder sehr viele können auf russische Produkte nicht verzichten. Und man merkt wieder einmal, das Hemd ist vielen näher als die Hose. Die EU, die wackelt und wankt. Ach ja, wackeln und wanken und Hemd näher als die Hose. Die Deutschen wählen in breiter Mehrheit oder in einigermaßener Mehrheit, jedenfalls in ausreichender Mehrheit, eine rot-grün-gelbe Koalition und denkt daran ans Sparen, an die Umwelt. Wenn es aber kalt wird, dann ist auch der Michel nicht bereit zu sparen. Eine schöne, warme Wohnung ist immerhin auch sehr wichtig. Ja, so kann es gehen, wenn der Wähler gewissermaßen einige schizophrene Züge aufweist. Ja, auch schizophren ist das hier. Der Stromverbrauch, der steigt, irgendwie wird der Strom knapp und es droht wieder mal ein Blackout. Das hatten wir ja schon lange, diese Drohung. Aber Leute, man kann sich beruhigt zurücklehnen, wenn man dann schwarz, rot, gelb gewählt hat. Denn das Gasschiff, das kommt, das Rettungsschiff kommt, beleuchtet wie ein Luxusliner. Ja, da brauchen wir uns dann insgesamt wirklich keine Sorgen machen. Aber wir wollen nicht verhehlen, dass wir uns auch Sorgen machen. Wir sind ja auch besorgte Bürger. Wir sorgen uns um den besorgten Bürger Karl Lauterbach. Der sieht eine Gefahr, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wir fragen uns, wie war es denn vor ein, zwei Jahren zu Hochzeiten der Corona-Pandemie? War das alles nicht so schlimm wie jetzt? Aber es ist jetzt nach Karl Lauterbach wirklich die schlimmste Zeit seit zehn Jahren. Und trotzdem werden überall die Maßnahmen zurückgefahren. Ja, und die großen Wellen sind auch vorbei, Herr Lauterbach. Wir hatten gerade mal ein Herbstwellchen. Schöne, warme Ohren scheinen auch die Klimakleber der letzten Generationen in den letzten Tagen und Wochen gehabt zu haben. Vielleicht setzte es die eine oder andere Ohrfeige von Autofahrern, die auch besorgt waren um ihren Arbeitsplatz oder um die Sicherheit ihrer Kinder oder um die Sicherheit von Verletzten. Jedenfalls haben die Klimakleber ihren Aktionsradius jetzt verlegt. Sie setzen sich jetzt vor Bundesbehörden. Da setzt es weniger Ohrfeigen. Die Parlamentarier sind ja alle sehr gelassen und die brauchen ja auch nicht pünktlich zur Arbeit kommen. Und man kann ja vielleicht sowieso etwas kürzer treten auf Seiten der Klimakleber. Der Deutsche, der fährt ja umweltbewusst bei jedem Wetter mit dem Fahrrad. Aber die ganze Klimakleberei, die deckt ja noch anderes auf. Christian Linder und Friedrich Merz, sie halten die Klimakleber für brandgefährlich. Höchstwahrscheinlich, weil sie jetzt vor Bundesbehörden sitzen. Ja, Herr Merz und Herr Lindner, ihr seid auch sehr aufmerksam und passt auf euch auf. Das ist gut. Aber was uns aufgefallen ist, Rot und Grün könnten vielleicht gar nicht amused sein darüber, dass ihr beide euch gut versteht. Möglicherweise bröckelt und bröselt die Ampelkoalition ja doch schon stärker, als es nach außen hin den Anschein hat. Noch aber ist unsere Bundesinnenministerin im Amt, Frau Faeser. Die warnt weiterhin für Rechten und für Reichsbürgern. Das ist gut so. Aber das Bildchen hier, das sie hier von sich postet oder veröffentlicht hat, das halten wir ja für etwas verfehlt. Es sieht aus wie ein Familienfoto aus den 50ern und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und man könnte denken, ihr Ehemann hat gesagt, Else, stell da mal vor den Kaktus, das sieht gut aus, da kommst du gut rüber. Leute, in diesem Sinne, lasst euch kein X für ein Ufer machen. Keine Angst, keine Panik. Geht hinaus, sagt eure Meinung, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, einen Kommentar. Und vielleicht könnt ihr auch ein Abo dalassen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss.